18 oder 15 und 18, ich weiß nicht, wie jung die anfangen, ich habe viel später angefangen. Da ist es, ich glaube, der zählt ja unheimlich, wenn man also verliebt ist als junges Mädchen, dann ist es eigentlich viel wichtiger, Zärtlichkeiten zu küssen, Zärtlichkeiten, Körper zu spüren. Und Sex ist nicht unbedingt das, was immer sein muss. Und sowas ist, glaube ich, auch heutzutage in der Jugend, sowas überlegt man sich schon. Wann macht man das? Wann ist es soweit? Und wo reitest du dich hervor? Du nimmst die Pille sieben Tage und erst dann darfst du und so nach dem Motto. Und ich glaube schon, dass das Mädchen machen, die kein Kind haben wollen. Und wenn du diese Zeit hast, um zu überlegen, dann kannst du dir genauso die Zeit nehmen, mit deinem Partner zu reden. Also wir sollten lieber sicher gehen und sollten das mit Kondome machen. Es sei denn, beide machen einen Aids-Test, das wäre natürlich das Optimale. Wie sicher sind denn nun diese Aids? 10, 15, 20. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist eine beachtliche Zahl. Sandra, was ich noch fragen wollte, du hast eine Cover-Version aufgenommen. War das deine Idee oder steckt da der Michael Kretou natürlich auch wieder mal dahinter? Na, das war eine Nummer, die ich also schon als kleines Mädchen gerne mochte. Auf die Idee kam der Michael und so hatten wir uns entschlossen, weil wir eben beide die Nummer auch sehr gut mochten. Dass wir eben die Nummer einfach aufnehmen und es mal versuchen. Das hat sehr gut funktioniert. Es hat sehr gut funktioniert. Ich danke dir, Sandra. Sehr gut funktioniert hat auch unsere Leitung hier zu den großen Zehn. Bitte. Und das ist jetzt Sandra auf Platz 5 mit ihr. Alle reden.